Da unten, schau dir das an. Wenn das keine Edelsteine sind. Wo? Gerade unter uns. Seh nix. Du siehst nicht? Ne, bei mir funkelt gar nix. Vielleicht, dass du dein... Ah! Moment, Moment! Nein, hör auf zu bütteln! Wieso? Ich habe nicht der Angel Sense Potion getrunken. Ah! Verstehst du? Nice! Was ist das? Spinnenweb. Ich weiss nicht, ob das so klug ist. Moment. Wollen wir uns hier runter, Brudel? Ja, wollen wir. Okay. Da unten soll es Edelsteine geben. Oder die beste Chance. Äh, Zombies, warte mal. Ich mach mal hier. Ja. Etwas zu. Waaah! Hat super funktioniert. War zu wenig zu. Äh, da ist was Nettes, das uns begrüsst. Na ja. Die ist irgendwas. Eisnerz. Und hier ist wahrscheinlich Kupfer. Ja. Kupferde, Kupferde. Woa! Zu viel Schwung. Da oben geht's und du... Ja, immer. Ich hab da wieder irgendwelche Signale. Rechts und links. da rechts unten ist eine höhle ich sehe was hier wird was angezeigt ja ich spring mal rein was ist das aber hier ist eine falle ich habe was gefunden okay ein haken für mentor haken cool sehr cool gegner und schleim und so ein komisches flugvieh ich zwar glaube ich schlechter dafür hat mir ein die schießen aua ich sehe da hinten was goldenes ist wieder weg wow pass auf das fernkampf ja ich war gerade beschäftigt mit portion trinken krieg die ganze zeit schaden ja durch das gift von denen wenn ich einmal trifft so jetzt ist er tot okay wie darf man nicht berühren was klima da hinten so siehst du das ja 15 goldmünzen so achtung achtung das macht schaden ausnahmsweise wer hätte das gedacht ein solidat und hier vielleicht ein bäumchen was mit dem ziehen habe ich noch nicht so raus ich will die tour nicht werden ich wollte gerade sagen ich gehe mal runter der hat wurfsperre schnell weg jetzt schaffst du nicht ja ich habe sie noch angegriffen ich wollte mich schützen hol die truhe flammenpfeil heiltrank brauchst du einen heiltrank? ich hätte welche leuchtstäbe danger sense potion ich glaube ich habe keine warm hole potion doch ich hätte noch eine warm hole potion ich komme mal zu dir erst mal hier tür die auf lalalala ist ja auch gar nicht weit weg die statuen lalalala Ich habe noch was gefunden. Ein Wiederbelebungsband, das regeneriert. Ich bin vorhin mal wieder glorreich gestorben. Gefällt mir. Oh, da unten ist ein böser Glibber. Oh, ein Range Glibber. Moment. Einmal. Jetzt aber. Puff. Sehr schön. Ja, etwas blöd mit dem Wasser hier. Oh, das ist etwas, das zusammenfällt. Ja. Kramen wir uns hier durch oder bei dir? Ich glaube hier oben am besten. Okay. Ja, das sind noch so leuchtende Reben, das heisst, da müsstest du Höhlen haben. Mhm. Sehr gut. Oh, Eisen oder sowas. In Mengen. Ich höre irgendwas Böses. Einfach runter mal wieder. Gegen Besuch. Ja. Er hat da links, da hat es viele von diesem roten Zeugs. Okay. Das heisst Gegner. Nein, das ist einfach diese Leuchtreben. Ah. Also ich sehe sie leuchten, weil sie Schaden machen, wenn man sie berührt. Ah. I see. Genau, jetzt ganz ein bisschen tiefer, dann stossen wir auf eine. Mhm. Ich sehe es. Da ist irgendwas. So, jetzt sehe ich die gleich nicht mehr. Zombie. Skelett. Oh, das lebt 68. Oh, hier links drüben leuchtet es. Siehst du das? Ganz links am Bildschirm ran? Nee. Ich sehe nichts. Jetzt sehe ich es. Das war ein grösseres Bild. Naja, sieht danach aus. Oh. Ach so. Oh nein. Böse Viecher. Moment. Ich gehe da nicht runter. Menschenfresser. Ach, der ist ungefährlich. Total. Ähm. Und ist ein Heiltrank. Oh. Das Ding macht... Macht... Ah. Du machst ja fast Schaden auf das Vieh. Ich bin mir sicher, dass wir nicht zu früh hier sind. Nee. Natürlich nicht. Wir doch nicht. Ein Deathcounter wäre noch cool. Wow. Eieieiei, diese Fledermäuse. Ich glaube, ich bin auch für Deathcounter. Unfähigkeitszähler. Noch so ein Vierer rechts. Ist da rechts ein Edelstein? Da leuchtet was. Ich glaube nicht, dass es ein Edelstein ist. Keine Ahnung, wie die das schon... Aber was ist dann eigentlich das, dass das so leuchtet? Keine Ahnung. Hm. Da rechts ist übrigens so ein fetter Wurm. Ja, Moment. 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 Ah. Er hat mich fast gefressen. Schön, was nachschauen. Mhm. Ich gehe mal den Wurm hier töten. In der Zwischenzeit. Wenn er rankommt, kann ich ihm immer eins ins Gesicht hauen. Ja, komm her. Komm her. Nicht umkommen. Nee, nee. Ich bin hier safe. Hier ist alles safe. Immer safe. It's a safe place. Okay, okay, okay. Sie neue Infos haben gefunden? Ja, hab ich. Wir sind falsch. Nein. Okay. Wir werden es nie bekommen. Hey, etwas Optimismus. Hihi. Ich bin der Optimismus in Person. Ich brauche Platz hier. Was willst du machen? Kannst du mal eine Ebene bauen? Du willst den Boss rufen? Nein, mach deine Ebene bitte. Ja. Ja. So. Oh. Ich hab Wasser gefunden. Ich glaub Dschungelsporen. Aha, Dschungelsporen sind das. So. Du hast dir jetzt den Enterhaken gebaut. Versuch ihn gerade zu bauen. Da muss ich halt schnell die Infrastruktur aufbauen. Okay, was braucht man dazu? Eisenketten und den Haken. Ah, ich brauch Platz hier. Soll ich die in die Ebene bauen? Hier. So schön planiert. Kommt da nicht drauf? Da brauch ich einen Haken für. Hä, hä, hä. Du Haken, du. Hier. Ah, hier für dich noch einen. Hier. So. Eisenkette. Ja. Hätte, hätte. Fahrradkette, Kette, Kette. So ein Haken. Ah, weg da. Au. Die, 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 die. Die, die, die. Ja, die. Jetzt zeig mir deine Haken-Action. Ah, ha. Ich hör den Wurm. Nice. So, jetzt müssen wir nur noch den zweiten finden. Oh, ich hab ne Kiste gefunden. Da links oben ist ne Kiste. Ah ja, die leuchtet auch noch. Ja, weil da Sporen daneben sind. Äh, Wasser. Diese Wurmgeräusche machen mich etwas unrund. Ja, tot. Okay, ausgewohnt. Komme ich mal hier hoch. Brauche ich Licht. Ah. Achtung, Wasser. Wasser incoming. Ja. Ich hab unsere Schmiede geflutet. Einen Dreizack. Silberpaaren, Flammenpfeile, Wasserlauftrank und Goldmünzen. Hm. Hm. Mäh. Wir haben noch Diamanten daheim, nicht? Ja, haben wir. Ich denke, das ist der beste Hook mit den Diamanten. Wie viele braucht man da? Weiß gar nicht, aber ich glaub nicht so extrem viel. Ich glaub, wir haben sieben Stück oder so. Ja, das weiß ich wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Ich räume mal schnell ein bisschen das Inventar aus. Für was brauche ich einen Rain-Head? Ah, der hat eins Rüstung. 15 Diamanten. Oh, nein. Aber das ist viel besser als der Eisenhaken. Okay. Ja, kannst du irgendwie den Rest mitnehmen, falls wir da noch was bauen? Die Silber bauen zumindest sollten wir mitnehmen. Ja, ich hab auch schon lange volles Inventar. Aber okay, dann probiere ich auch nochmal irgendwie irgendwas wegzuwerfen. Ich kann eigentlich den Rain-Head wegwerfen. Ich habe ja den besseren Helm. Ja, wohin? Ich mach nochmal hier Wasser. ich werde noch mal für unsere einfach tiefe action okay gerade runter hierzu nicht dass das flug ich ja hier in diesem spiel ist man andauernd sanimental absortieren oh ja dem sagst du das böse hornissen hier oder was das sind da rechts haben wir irgendwas leuchtend ich habe glaube ich einen strahlentrank ja der war gut ich pfeife mir den mal rein ich leuchte im dunkeln kann du gesund sein da ist was links ja nicht weiter runter abs gesehen moment erforscht mal auf meine weise